Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Albers Meerwasser. Heute mal zu einem Shorty und zwar geht es sich um das neue Korallen-Frag-Set von Aquamedic. Die haben da mal was zusammengestellt und sich Gedanken gemacht, was wir so brauchen könnten. Und wir bekommen das Ganze hier, so wie es jetzt hier vorgestellt ist, für 59 Euro in der schönen Ledertasche und natürlich in blau. Blau macht glücklich. Und wir haben hier ein zehnteiliges Set. Wir haben zwei normale Korallenzangen, Arterienklemme, Schere, zweimal Skalpell, zweimal Pinzette und ein Tool zum Richten. Dann haben wir noch Ersatzklingen. Also sprich, hier ist schon eine drauf, da ist noch eine Ersatzklinge. Und ja, das Ganze aus poliertem Edelstahl, beschichtet aus Titan. Und ja, das wollte ich euch nochmal gezeigt haben. Also, in diesem Sinne, schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann ihr diese Shorty gesehen habt, kann ich euch nur empfehlen. Wer es pflegt, hat es länger. Ciao.